Das ist zu. Ja. So, das war die Vormittagsveranstaltung, danke, die Vormittagsveranstaltung. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung Deutscher Meisterschaften vom Biathlon 2016 zum Massenstadt-Krasserschöfisch von KKSV Rittich-Irbe. Vom gleichen Verein auf der fünften Platz, Ando und Blaschke. Und Nilo Ehrmann belegt den sechsten Platz vom SV Kurzberg. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.